Ich war wieder alleine. Und später schaue ich in die Augen der Angst. Literal. Immer nur angucken. Guten Tag, Alter. Sobald ich aufhöre, ihn anzugucken, bin ich tot. Genau das meinte ich. Oh Gott, ich habe nur 5 Sekunden ihn nicht angeguckt. Ich muss da vorne durch. Nein. Ich weiß nicht, ob man die Viecher überhaupt töten kann. Ich verballe hier meine ganze Munition. Oh Gott. Oh Gott. Wo muss ich lang? Das ist jetzt die erste Sache. Irgendwo hier entlang. Oh Gott. Hallo, wie geht es? Oh Gott. 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 Nope. Gott. Ja. Nope. Tauch. Wie geht's denn so? Oh shit. Und ab jetzt führt er mich irgendwo hin. Sobald ich weiß. Oh Gott. Habe ich mich schon wieder erschrocken, da war ein Dämon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo kam der denn jetzt her? Okay, ich bin gerannt. Das war ein Fehler. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ist ein Fehler. Ich komme jetzt wieder. Ok. Nope. I've got no nope. I don't know where I'm going. I don't know where I'm going. I think that's right. Okay, die haben Angst vor dem Dämonen. Oder so. What the fuck? Es gibt also mehr als einen Bibliotheker. Der ist tot. Während ich hier noch schwer verletzt überlebt habe. Oh. 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 I don't like it. Boah. The underground depository was a frightening place and I had no idea where or what to search. But I refuse to think that all my efforts would come to nothing. Alter. Ganz ruhig. Oh. 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 Ja. Oh. Oh. Ah. Oh. ich wenigstens schleichen das glas genauso wie hier die 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 Wow. Und hier bricht ich gerade alles unter mir ein. Respekt. Äh. Da hat wer einen Nusales gejagt oder so. Oh Gott. Scheiße, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter. Ich habe jetzt zwar diesen ganzen Biss bereits einmal gemacht, aber... Ich erschrecke mich trotzdem noch so wie beim ersten Mal. Und ich springe genauso scheiße wie beim ersten Mal. Das ist die große Frage. Wo muss ich lang? Da war ein Schuh. Juhu. Juhu. Oh Gott. Wo lang? Wo lang? Sehr lange. Da schläft jemand. Den habe ich jetzt zum Glück auch nicht. Ausranken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Ahnung, was ich damit erreicht habe. Zweimal, was er angemacht. Wäre witzig gewesen, wenn ich das noch geschafft hätte zu drehen. Aber so unrealistisch ist das Spiel dann doch nicht. Okay. Ich bin gerade im Tryhard-Mode. Ich will einfach nur versuchen, hier durchzukommen. Oh toll, wahrscheinlich machen die da nichts. Das kann ich nicht mehrmals drehen, okay. Hier ist jetzt ein Speicherpunkt, das heißt, ich dürfte gleich durch sein. Da schläft wieder jemand? Fuck, 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 fuck. Ich habe Bier aufgewägt, meine Fresse. Entweder bin ich wirklich so... ...schlecht, oder... ...das Spiel will mich gerade einfach nur verarschen. Jetzt meine ich, das Spiel will wahrscheinlich einen verarschen. Wenn man immer wieder Panik bekommt... ...sobald man diese Viecher sieht. Große, leuchtende Drei. Und jetzt kommt da bestimmt ein Viech. Oder auch nicht. Boah, Glück gehabt's. First Try? Nein. Genau, ich mache noch mehr an der Atiom. Ebenfalls falsch. D6. Ich wollte erst fragen, woher weiß er denn... ...welches das Richtige sein wird. Aber die ganzen Sachen sind ja mit 26D zum Beispiel betitelt gewesen. Und das Teil war mit D6 betitelt. ganz dirørret�. Wie wird es denn immer nur die verschiedenen postsum 생명 precedent. ann Dana oder anderen tuneten so Gefahr hat es geschenkt. Mit ihr sieht. Nein, der �jtagres ist es eine Mein patent.